Der Granville von Arctary X ist ein super Rucksackkonzept und ich zeige dir jetzt warum. Möchtest du mehr Videos wie dieses sehen, dann gib mir einen Daumen hoch. Und als allererstes herzlichen Dank an Süße Früchte. Sie hat mich auf das Modell gebracht und mich gebeten ein Review zu starten. Und ich bin echt super froh, dass mich diese Nachricht erhalten hat, erreicht hat. Denn ich kannte den Granville vorher gar nicht. Hast du auch eine Idee, dann schreib es mir unten bitte in den Kommentar rein. Und vor allen Dingen hat dir das Video geholfen, lass es mich wissen. Ich zeige dir mal eben kurz, wie er auf dem Rücken aussieht, wenn er voll gepackt ist. Ich habe den natürlich bis zum Bersten gepackt, natürlich auch noch nicht die Schulterriemen eingestellt. Ich finde den Rucksack sehr schön, weil er ist relativ klein und hat sehr schöne schmal geschnittene Schulterriemen. Und dementsprechend, auch wenn du mal auf dem Fahrrad sitzt, schneiden die an der Seite nicht ein. Aber das ist ja gar nicht das, was mich so an dem Rucksack begeistert. Du hast entsprechend, fangen wir hinten an, eine Rückenpaneele, die leicht 3D geformt ist. Du hast leider kein atmungsaktives Gewebe. Das ist das Manko an dem Rucksack und du hast schön ergonomisch geformte, dünne Schulterriemen mit Brustgurten, die höhenverstellbar sind, aber an fixe Positionen. Das ist kein negatives Aber, das ist ein positives Aber, denn sie verschieben sich nicht. Sie lassen sich ganz einfach adjustieren, denn ein Rucksack benutzt ja meistens nur eine Person und dementsprechend einmal auf deine Körpergröße eingestellt, ist es wunderbar. Du hast natürlich dann entsprechend mehrere Laschen noch mit der Möglichkeit, Blinklichter, Reflektoren anzubringen, um Sicherheit im Straßenverkehr zu bekommen. Stopp! Schenke ich dir jetzt hier zwei Haberland-Rucksäcke, ein Rucksack für den Lenker und ein Rucksack für die Schule oder für die City, den du entsprechend am Gepäckträger befestigen kannst. Ein Gesamtwert von 170 Euro. Was musst du dafür tun? Natürlich, wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, abonniere den Kanal, schreibe mir Kommentare, damit ich auch weiß, dass du gerne diese zwei Rucksäcke geschenkt haben möchtest. Einen schönen, gedoppelten und leicht gepolsterten Griff und wasserfeste Reißverschlüsse. Das ist top! Kennst du eigentlich noch die Schlampermäppchen von deinen Schultonister-Schulrucksäcken? Hier hast du das Schlampermäppchen direkt eingearbeitet. Warum sage ich das? Ich hatte echt Schwierigkeiten, was ich da alles reinstecken kann, weil ich habe mir eine Maus reingesteckt, ich habe das Smartphone reingesteckt, ich habe ein paar Stifte reingesteckt, denn er hat kein Stifte-Fach in dem Sinne und mein Brillen-Etui. Und du siehst eigentlich ganz schön, dass das ein vorgeformtes Fach ist. Es ist nicht fest, so wie bei Evaki zum Beispiel, aber du hast ein komplettes Volumen, was vorgesehen ist, um nicht kaputt zu gehen. Und du hast ein Schlüsselband und was ich schön finde, ist, das Schlüsselband ist relativ weit und lässt sich gut fassen, lässt sich aber leider Gottes nur ein bisschen schwierig drücken, weil der Steg relativ kurz ist. Guck mal, bei meinem dicken Daumen drücke ich eigentlich gegen diese Rundung und das ist suboptimal. Also ich würde mir eigentlich wünschen vom Grenville, beziehungsweise von Arctary X, dass die andere Schlüsselclips verwenden. Zum Beispiel hier, wie beim Osprey, da zeige ich dir, wenn ich da rankomme, guck dir mal die Haken an, die sind unterschiedlich. Und hier geht es ganz leicht, weil ich hier natürlich vorne direkt an den Schenkel drücke als hier. Also, wenn die natürlich noch ein kleines I-Tüpfelchen draufsetzen würden, dann könnten sie ein wenig mehr punkten. Aber klagen auf hohem Niveau. Was ich auch noch ziemlich cool finde, ist das eigentliche seitliche Fach. Du hast hier das Hauptfach und das ist klar getrennt. Da passiert nichts. Und warum passiert nichts? Weil du siehst, eigentlich das Hauptfach geht ein bisschen ins vordere Fach rein. Aber das vordere Fach ist so gesehen so geschnitten, dass das außen aufsetzt. Auch hier hatte ich die Schwierigkeiten, was tue ich alles rein. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Haarspray reingesteckt. Ich habe ein Buch reingesteckt. Ein paar Covid-19-Masken und sogar noch ein paar Wachsmalstifte für die Präsentation. Und du siehst eigentlich, dass von hier oben bis nach unten hin eine ganz große Ladefläche im Frontfach ist. Wie groß das Frontfach ist, bitte schau unten über den Link. Darüber gehst du wie gewohnt auf travelliebe.com. Da habe ich hier sämtliche einzelne Taschen und auch das Außenmaß, Mitgewicht etc. aufgeschrieben. Du hast hier eine kleine Lasche und die ist relativ steif. Dort kannst du ein Blinklicht dran machen, damit du entsprechend auf dem Fahrrad auch besser sichtbar bist. Du hast ein kleines Logo, das ist reflektierend, aber das fällt kaum ins Gewicht für die Sicherheit. Du hast entsprechend das Hauptfach. Auch hier ein kleines Raumwunder. Dort habe ich dir meine Toolbox reingesteckt. Eigentlich einfach, um Ordnung zu halten. Ich habe nicht genug Stifte hier unten. Du kannst hier deine Powerbank reinstecken, deine Festplatte, Kabel. Du hältst hier entsprechend Ordnung. Und hast bei so einem kleinen Raumwunder immer viel Platz. Du hast, wie du siehst, und dann mache ich mal eben hier nochmal. Du hast echt enorm viel Platz. Du hast Platz für Computer, du hast Platz für iPad, du hast Platz für einen relativ dicken Ordner und ein richtig dickes Buch. Also, den dicken Wälzer von, weiß ich nicht, 500 Seiten kannst du reinstecken. Du hast Platz für einen schmalen Sides Ordner, natürlich aber auch im dicken. Und was hier ganz doll auffällt, ist, guck mal, du hast entsprechend beschichtetes Material und komplett die ganzen Stitches, beziehungsweise die ganzen Nähten nochmal komplett abgeklebt. Hier hast du nochmal einen Zugriff auf dein inneres Fach. Wäre jetzt für mich nicht so notwendig gewesen, weil ich gehe lieber über den Seitenreißverschluss in das Hauptfach oder in das Frontfach als über den Reißverschluss. Aber egal. Der Rucksack, wie du siehst, lässt sich ziemlich weit öffnen, weil der ziemlich weit unten runter geht, der Reißverschluss. Und dann hast du hier entsprechend eine Tasche, da habe ich gar nichts reingesteckt, aus leichten, transluzenten Stoff, wie du siehst. Und das heißt, du kannst nämlich sehr schön sehen, was du da reingepackt hast. Das Laptopfach passend für ein 15 Zoll Bildschirm. Und was man sagen muss, ist, vielleicht siehst du es, der ist hier an der Seite entsprechend offen. Das heißt, hier unten besteht kein Kantenschutz. Es besteht Kantenschutz um den Rucksack, aber eigentlich an der Seite überhaupt nicht. Das finde ich nicht ganz so gut. Aber, was ich wiederum gut finde, ist, die Laptop-Tasche hört ca. 3-4 cm über dem Boden auf, ist dementsprechend entkoppelt und hält so gesehen Schläge beim Absetzen ab. Du hast natürlich noch Platz für ein Tablet. Und wie du sehen kannst, hast du echt enorm viel Platz, obwohl der Rucksack ziemlich klein aussieht. Und das ist super schön. Hast du einen schmalen Rücken, zum Beispiel wie eine Frau, dann bietet sich genau der Rucksack an. Er hat natürlich eine schöne sportliche Daypack-Optik und ist ein Raumwunder. Wie er sich im Regentest verhält, das zeige ich dir jetzt. Jetzt testen wir den Arc Terry X mit Luigi unter der Regendusche eine Minute. Regenfeste Reißverschlüsse. Die Nähte sind komplett vernäht. Schwachpunkt wird hier vorne diese Stelle sein. Und ansonsten läuft er überall ziemlich gut. Du musst immer darauf achten, dass die Reißverschlüsse unten liegen und nicht hier oben zusammen liegen. So, eine Minute ist um. Dann haben wir hier oben das Fach für Kleinsachen. Brille. Und du siehst, ist trocken. Das sind nur Tropfen, die jetzt hier gerade reingegangen sind, reingetropft sind. Also ist er dicht. Ich feiere ja den Rucksack. Denn er ist so cool geschnitten, hat so viel Platz. Erste Packing Cube im Frontfach. Und du siehst, es ist trocken. Ja, wie du siehst, siehst du nix. Hauptfach genauso trocken. Und hier ist alles super trocken. Dementsprechend ist auch mein Kartonlaptop auch trocken. Der Granville von Arctere X hat den Wassertest bestanden. Schatting! Also, ich finde den Regentest echt gelungen. Er hat mir mal wieder gezeigt, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man mal ein bisschen kritischer hinterher guckt und mal schaut, wie die Rucksäcke so konzipiert sind. Hat es dir geholfen? Dann gib mir doch mal bitte einen Kommentar, wenn dir das Video gefallen hat, bzw. die Auswahl dir erleichtert hat. Hinterlasse mir bitte auch eine Produktidee, was du als nächstes Video von mir sehen möchtest. Und vor allen Dingen, schau dir das Video an, denn da geht es weiter mit regenfesten Rucksäcken. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video und ich danke dir für dein Schauen des Videos. Bis dann! Rucksäcken. Rucksäcken.